Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute gibt es für euch die Double Flash. Zehn Stück von Veku. Gab es für 3,99 Euro zu kaufen beim Lidl. Es sind drei unterschiedliche Farben enthalten. Blau, Rot, Silber anscheinend. Wir packen mal aus. Die sind richtig groß, viel größer als die Flashbank von Veku. Die es ja für 1 Euro Billiger zu kaufen gibt. Da will ich auch hoffen, dass da ordentlich was rauskommt. Ich tippe mal, die sind sehr nice. Viel Spaß beim Test. Double Thunder, oder wie sie auch immer heißen. In Gelb.